Hallo, wie geht's euch da draußen? Ich hab gehört, Plüschtiere in Videos sind niedlich und geben Daumen hoch. Deswegen hab ich Mami Goma eingeladen. Nein? Na gut. Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute nicht nur Mami Goma vorstellen, nein, eigentlich geht es darum, wie sie oben seht, halt um ein paar LEs. Ich hab ein paar Sachen noch aus der Drogerie gesehen und hab mir ein paar Sachen mitgenommen und wollte euch nochmal schnell berichten. Und zwar hab ich einmal entdeckt die Essence LE Ready for Boarding. Ich kann euch ein Bildchen einblenden. Ich habe den Aussteller mal fotografiert. Ich find die ist echt toll niedlich. Ich interessiere mich eigentlich nicht so für die Essence-Leadscharten, weil die eigentlich sehr wenig pigmentiert sind, weil sie eben für die jüngere Generation sind. Aber ich find sie halt wirklich niedlich gewesen. Und deswegen hab ich mir diese Eyeshadow-Palette mitgenommen von der Ready to Boarding LE. Und so sieht sie aus. Mit diesen wunderwunderschönen Farben. Die kleine Ditcher zeigen, dass ich das schon mal geswatcht habe. Den Swatch werde ich euch auch noch einblenden. Und es ist ein schönes Braun dabei, ein Beigeton, blau, türkis oder so ein mintgrün, gelb und ein grau. Und das find ich wirklich sehr, 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 sehr niedlich. Also die ist so wunderschön. Da ist noch ein Applikator mit drin. Die ist noch echt total süß von der Verpackung her halt. Und deswegen, ja, gehörte die halt in meine Sammlung. Hab ich sie mitgenommen. Und was ich auch von dieser LE echt schön fand, war diese kleine Kosmetiktasche. Ich glaub, die Palette hat um die 3,49 Euro gekostet. Und die Kosmetiktasche hat auch um die 2,50 Euro gekostet. Und die find ich auch sehr, sehr niedlich, weil sie in diesem Postkarten-Look ist. Einmal vorne mit so Paris drauf und mit einer Schwalbe drauf und ein bisschen Schrift. Und, ja, von der anderen Seite halt dieses Ready for Boarding. Hier steht noch From where the sun is always shining als Adresse. Und, ja, Italy, sending your kisses, wishing your best. Das find ich echt süß hier auch nochmal mit dem Känguru von, ja, Australien. Also ich mag sowas. Ich mag dieses Travel, Reisen. Darauf steh ich total. Ich mag, dass ich verreise auch wirklich gerne. Leider kann ich mir so viele Reisen nicht leisten. Aber ich bin halt gerne in anderen Ländern, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und, ja, die wollt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ich find die sehr süß. Die hat eine gute Größe. Und da kann man so ein paar Sachen auf jeden Fall reintun. Für unterwegs oder so auch. Ja. Und mir hat auch gefallen die Blushes. Das waren so Creme-Blushes, den man gleichzeitig als Lippenfarbe benutzen konnte. Da waren zwei sehr schöne Töne dabei. Ein bisschen rot-coralligerin und ein bisschen mehr Himbeerton, der wirklich sehr krass war. Ich hab die mir noch nicht geholt. Ich war einfach noch am überlegen. Ich hab bei Knuffi die gesehen und fand die echt süß. Aber ich hab schon so viel und ich weiß nicht, ob ich wirklich einen Creme-Blush benutzen würde. Die waren auch sehr, sehr intensiv. Man musste sie sehr extrem verblenden. Also ich hatte auf der Hand wirklich einen riesen Fleck. Aber ich fand sie eigentlich ganz schön. Und wenn sie noch vielleicht da sind, vielleicht werde ich sie mir nochmal holen. Also ich mag halt dieses, wie gesagt, dieses Travel-Thema total. Und ich hab zum Beispiel meine, ich trage immer gerne meine Lieblingskette. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. So sieht die aus. Mit so einem Fotoapparat und so einer Weltkarte drin. Und auf der Rückseite ist halt eine Gravur. Ich weiß nicht, die kann man wahrscheinlich auch nicht mehr so gut sehen. Und ihr wollt ja wahrscheinlich wissen, naja, hab ich nicht selber gemacht. Die hab ich mir wirklich mal gekauft. Ich kauf mir halt auch Schmuck. Ich mach nicht nur selber welchen, ich liebe halt Schmuck. Und ich kauf mir halt auch welchen, den ich mag. Es inspiriert mich halt auch ein bisschen. Und das ist so meine Lieblingskette. Der Spruch hinten drauf steht, Home is where your heart is. Das ist ein Spruch aus, ja, aus, hier, Der Zauberer von Oz. Ich kam halt nicht drauf. Der Zauberer von Oz. Und erzählt halt die Geschichte von Doris, die nach Oz kommt und dann so aus Maragdstadt muss, um wieder nach Hause zu kommen. Und da unterwegs den Blechmann, den Löwen. Und halt den, äh, die Vogelscheuche trifft. Und ich verbinde halt sehr viel mit diesem, mit diesem Film oder beziehungsweise mit dieser Geschichte. Ich hab, äh, da sehr viele Erinnerungen dran. Ja, und ich, ähm, hab sie halt aus nem Shop. Und zwar auch von Davanda von Madame Lilly. Ich kann euch den Shop gerne verlinken. Es ist einer meiner Lieblings Davanda-Shops. Der inspiriert mich immer wirklich sehr für Schmuck und für Ketten. Und, ähm, die sind so wunder, wunderschön, die Sachen von Madame Lilly. Und ich hab mir den damals halt da bestellt, weil ich den so über alles schön fand. Und, ähm, ich kann halt noch nicht gravieren. Und deswegen wollte ich unbedingt diesen Spruch haben da drauf. Ja. Also, sie graviert halt umsonst, wenn ihr da irgendwas kauft. Das finde ich sehr schön, die Idee. Aber da gibt's noch ein paar mehr Shops, die machen das auch. Und die finden, finden die alle eigentlich ganz schön. Ja. Und, äh, wo wir grad bei Schmuck sind, jetzt schweife ich wieder voll ab vom Thema. Ich wollte auch gar nicht, dass das Video so lang wird. Ich wollte euch nur kurz zeigen, was ich noch entdeckt hab. Und zwar hab ich, ähm, ähm, jetzt im Sale entdeckt. Da hat Six Schmuck wieder Sale. Und ich hab für zwei Euro mir einmal diesen wunderschönen Ring mitgenommen. Das ist ein, äh, ja, Blumenring. So ein Cabochon. Eingefasst in dem Ring. Und ich finde den wirklich schöner. Und er passt auch gerade extrem gut zu meinem Nagellack. Das ist irgendwie, ja, nicht gewollt. Aber wir haben so abgestimmt. Und den finde ich wirklich richtig, richtig toll. Und hab gedacht, für zwei Euro kann ich den ruhig mitnehmen. Und ich hab mich noch für einen entschieden. Und zwar für einen, der ein bisschen außergewöhnlicher ist, was man nicht so oft sieht. Und zwar ist das so eine Rose in Rot. Und zwar aus Stoff. Das ist so ein ganz, ganz dünner, ja, flatter Stoff. Und ich finde die ist wirklich schön. Und es sieht echt toll aus, so an der Hand. Und ich trage das ganz gerne mal so einen extrem schönen, auffälligen Ring. Dann mal in der Mitte oder so weiter. Das hat einfach so viel Aussagekraft. Und die ist wirklich süß. Ja. Schön. I like. Ja, äh, LEs. Ich hab dann noch die P2 LE entdeckt. Und zwar heißt die Flip Flop Feed. Glaube ich jedenfalls. Äh, das war so ein Aussteller. Der hatte alles für die Füße und für die Nägel. Das war wieder so ein Pflegeset von P2. Das Neue, das ist dieses What's Up Beach Babe. Finde ich auch echt cool. Da sind coole Sachen dabei. Äh, den Beauty Blender da, dieses Dupe vom Beauty Blender, hab ich leider nicht bekommen. Der war schon weg. Ich hab aber auch gehört, der soll nicht so gut sein. Ich weiß nicht, habt ihr den? Habt ihr Erfahrung damit? Würde ich gern mal wissen. Ja, äh, und ich hab mich entschieden für ein wundersüßes, kleines Flip Flop Schuhchen. Das ist ein Etui. Und in diesem Etui ist ein Maniküreset drin. Und zwar ist da einmal eine, ähm, ich glaube es ist eine Hautschere, keine Nagelschere, weil die sehr, sehr dünn ist. Oh, und diese Hautscheren sind halt ein bisschen schmaler. Und eine Pfeile und für die Nägel so ein Knipser. Den benutze ich nicht oft und für meine Füße brauche ich den eigentlich auch nicht, weil, ja, ich hab nicht so harte Zinnägel. Blödes Thema. Egal. Äh, ich hab eigentlich sehr, sehr schöne Füße und, äh, brauche nicht so viel Pflege. Das finde ich eigentlich ganz gut. Es ist, wie gesagt, eigentlich ein Fußset, ein Maniküreset. Ich fand es aber ganz praktisch wegen der Pfeile und wegen dieser Nagelhautschere, ähm, für die Handtasche jetzt, wenn man unterwegs ist und dann mal was passiert und so weiter, dass man schnell deren Nägel korrigieren kann. Und deswegen hab ich es mitgenommen, auch weil diese Verpackung einfach so mega niedlich ist. Und, ähm, später, wenn dann mal alles irgendwie nicht mehr funktioniert oder so, kann man auch andere Sachen reinmachen. Und ich find das süß. Voll niedlich. Voll hübsch. Ich hab sowas auch um die Po gesehen, die hatten auch sowas, aber die Verpackung war nicht so schön. Es war auch ein Flip-Flop, aber ich find gerade das Streifenmuster so extrem niedlich. Und ich hab mir was gekauft noch für die Finger und zwar ist das der Flip-Flop Feed Nourishing Nail Care Pen. Und zwar ist das ein Nail Pen, der beanspruchte Nägel- und Nagelhaut mit Limettenaroma pflegt. Und ich hab, wie gesagt, äh, inzwischen durch den Nagellack immer sehr extreme, äh, trockene Nagelhaut. Und ich hab da jetzt auch schon was von Lush, äh, letztens Geschenke kriegt und habe halt, ja, und den hier, find ich aber für unterwegs ganz schön. Den find ich halt schön, den kann man in die Tasche packen und dann kann man so zwischendurch immer mal seine Nagelhaut einreiben und dann ist das ganz schön. Ich mochte den Geruch. Ich hab so einen schon mal gehabt und der war mit Kokosgeruch und ich immer keine Kokosnuss. Und deswegen hab ich halt, äh, ja, mit Limette find ich halt wirklich gut. Mal gucken, was der so bringt. Also mal schauen. Ja, das waren so meine, äh, L.E.s, die ich noch entdeckt habe von der L.E. mit den Flip-Flop. Äh, kann ich euch auch nochmal ein kleines Bildchen einblenden. Und, ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch an L.E.s rauskommt. Ich bin mal gespannt, ob jetzt Catrice demnächst nochmal wieder nach dieser Colibri-L.E. was rauskommt. Ich liebe ja Catrice und seine L.E.s. Und, ja, ich glaube, als Neuestes, das hab ich auch, glaube ich, schon fotografiert, blende ich euch auch nochmal ein, hat Essence eine neue L.E. Und zwar ist das diese Miami Beach L.E. Finde ich ganz süß, ist sehr poppig in den Farben, war jetzt aber nichts dabei, wofür ich mich interessiere. Ja, so, das soll's gewesen sein. Äh, Mami Goma, nichts verabschieden uns und hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr Mami Goma liebt, dann schaltet ihr einfach nächstes Mal wieder ein. Und wir sehen uns. Tschüss.